Sie sind hier, 5. Oktober 2018, 17.11 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten, ein Schalker gehört gegen die Niederlande und Frankreich erstmals zum DFB-Team. Sport1, zeigt die 99 Debutanten der Ära Löw, von Eintagsfliegen bis zu Weltmeistern. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus ein Bär. Mehr. Untertitelung. BR 2018